Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in OpenOffice Kalk ganz einfach den Trend berechnen könnt. Das ist wirklich super easy und stellt euch vor, ich habe ein Geschäft und habe natürlich jeden Monat Einnahmen und ja jetzt wäre zum Beispiel erst August und ich will mal wissen, wo geht der Trend jetzt hin? Also wie sieht es die nächsten Monate aus? Also werde ich mir hier in Spalte A mal die Monatszahlen eintragen und ich trage mal eine 1 ein, dann eine 2, markiere hier diese beiden Zellen und über den Anfasser ziehe ich das Ganze einfach mal bis Dezember runter, so dass ich hier unten halt ein 12 habe und rechts daneben werde ich mal Einnahmen eintragen. Ihr könnt hier übrigens natürlich auch Jahreszahlen nehmen oder sonstige Zahlen rein, das spielt keine Rolle, aber hier für das Tutorial finde ich ist das hier mit den Monatszahlen ganz praktisch. Rechts daneben wie gesagt die Einnahmen und damit wir das gleich gut nachvollziehen können, was hier Trend sozusagen automatisch ab September mal hier einträgt, werde ich das so machen, dass sie das gut nachvollziehen können. Also gebe ich mal 1.000 ein, darunter 2.000 und auch über den Anfasser, wenn ich die beiden hier markiere, ziehe ich das hier runter bis August. Wir können natürlich aus dem Kopf gleich weiter rechnen, das heißt hier muss ja 9.000, 10.000, 11.000 und 12.000 rauskommen. Da wo ich jetzt Trend sozusagen anwenden will, markiere ich einfach die Zellen und achtet mal drauf, wenn ich das von oben nach unten markiere, ist der dunkle Rahmen hier unten und wenn ich das von unten nach oben aufziehe, ist der Rahmen hier oben und je nachdem, wo ich den Rahmen habe, wird das jetzt eben nachfolgend eingetragen. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und schreibe Trend, Klammer auf und ihr seht ja schon, welche Parameter erwartet werden und zwar als erstes werden die Y-Daten erwartet und die Y-Daten ist dieser Bereich hier. Ihr kennt das vielleicht aus einem Diagramm, dann habt ihr meistens hier unten diese X-Achse und die Y-Achse und die X-Achse, da sind ja meistens dann die Jahreszahlen oder Monatszahlen und dementsprechend ist das hier, also dieser Bereich, unsere X-Daten und das sind unsere Y-Daten. Also als erster Parameter die Y-Daten und da nehmen wir das, was uns jetzt momentan zur Verfügung steht, das heißt dieser ganze Bereich hier, B1 bis B8. B1 bis B8, das wird hier eingetragen und der Doppelpunkt zeigt ja nur an, dass es ein Bereich ist. Ich gebe ein Semikolon ein und als nächstes werden die X-Daten, also Daten X erwartet. Ich habe ja gesagt, das ist dieser Bereich hier, also markiere ich das auch bis zu dem Bereich, der im Prinzip ja schon feste Daten hat. Ich gebe noch ein Semikolon ein und als nächstes werden die neuen Daten erwartet und die neuen Daten, das ist dieser Bereich. Das heißt, ich markiere mir auch diesen Bereich hier ab September sozusagen bis Dezember, Klammer zu und jetzt können wir nicht einfach nur Enter drücken, sondern dadurch, dass wir hier diesen Bereich ausgewählt haben, brauchen wir eine andere Art der Eingabe und zwar so eine Art Matrix-Eingabe und das funktioniert so, dass wir die Steuerungstaste gedrückt halten, die Shift oder Größertaste drücken gleichzeitig und jetzt die Eingabetaste drücken. Also Steuerung, Shift und Eingabetaste, alles gleichzeitig drücken und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, wird mir das automatisch ausgerechnet. Dadurch, dass ich jetzt hier so eine Matrix-Eingabe gemacht habe, achtet mal hier drauf, hier seht ihr nämlich die geschweiften Klammern außen und ja, das zeigt euch einfach nur, dass das hier so eine Art Matrix-Eingabe ist. Ihr seht, total easy, also das hat genau so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Würde ich jetzt hier zum Beispiel andere Zahlen eintragen, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt zum Beispiel sogar viel, viel mehr, 10.000, 20.000, 30.000, dann kann ich das hier eintragen und werde das einfach mal machen, 20.000, zack, markiere mir hier diese beiden Zellen, ziehe das Ganze hier wieder bis August runter und ihr seht, auch das wird dann hier automatisch hier wieder neu ausgerechnet. Auch wenn das jetzt hier zum Beispiel keine Monatszahlen werden, sondern zum Beispiel Jahreszahlen, ich trage hier einfach mal 2001 ein, 2002, markiere mir hier wieder diese beiden Zellen und ziehe das Ganze hier wieder runter, zack, bis hierhin, dann seht ihr automatisch wird das genau so berechnet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war es eigentlich auch schon. Ihr seht, so einfach ist die Funktion Trend und als erster Parameter werden sozusagen nur die Y-Daten abgefragt, als zweiter Parameter die X-Daten bis zu dem Punkt, wo wir oder wo uns Daten zur Verfügung stehen und als dritter Parameter halt nur die neuen X-Daten. Und das war alles. Alles klar, ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao!